Wer Mario Gomez dieser Tage im Trainingslager in Ascona beobachtet, erlebt einen zufriedenen Menschen und Fußballer. Das war nicht immer so. Eigentlich, schon abgeschrieben, hat er sich zurückgekämpft. Dieses Jahr bisher bin ich sehr, sehr zufrieden mit dem, wie es gelaufen ist. Ich habe natürlich noch dieses große Ziel, das war ja auch immer mein Antrieb, dass ich noch mal Teil dieser tollen Mannschaft sein kann. Und jetzt sitzen wir hier, deswegen bin ich natürlich stolz auf das, was dieses Jahr passiert ist. Aber ich werde mich nicht darauf ausruhen. Die Weltmeisterschaft vor zwei Jahren erlebte Gomez nur vor dem Fernseher. Jetzt ist er wieder Teil der Nationalmannschaft. Bereit, mit dem Team den Titel zu gewinnen. Ich fühle mich wahrscheinlich so gut wie noch nie in meiner Kehrer. Ich bin wirklich sehr, sehr fit und habe natürlich auch viel Selbstvertrauen durch die Saison jetzt und freue mich einfach hier zu sein. Joachim Löw hat genau das registriert. Gomez hat eine Top-Form und er hat diesen Torriecher. In der Türkei wurde er Meister und Torschützenkönig mit Beşikdas Istanbul. Die schlimme Zeit in Florenz, Haken drunter. Auch, weil sich seine Einstellung zur Karriere geändert hat. Ich versuche ein bisschen planlos zu sein, eigentlich jetzt nicht irgendwie groß zu denken, was kommt, sondern ich versuche mich jetzt hier komplett aufs Turnier vorzubereiten. Ich habe auch das ganz klar so mit meinem Berater abgesprochen, dass ich halt während dem Turnier jetzt nichts wissen will, was Vereine betrifft. Da wird sicherlich auch keine Entscheidung gefallen. Jetzt die nächsten hoffentlich fünf, sechs Wochen und dann werden wir sehen. Ich kann mir vieles vorstellen. Was es dann am Ende sein wird, werde ich nach dem Turnier entscheiden. Alles auf sich zukommen lassen, ganz ohne Druck. In der jetzigen Situation, wo ich bin, bin ich einfach nur stolz und froh, dass ich hier mit dabei sein kann. Ich war 14, glaube ich, wie wir alle hier drin, ein großer Fan der Mannschaft und habe gesagt, diese Mannschaft kann auch Europameister werden und davon will ich Teil sein. Und wie groß dieser Teil dann sein wird, wird der Bundestrainer entscheiden. Und ich wollte mich einfach in die Position bringen, dass ich alles dafür getan habe. Und was dann jetzt kommt, wird man sehen. Ich bin da, wenn es ein Spiel wird, wird es eins, wenn es drei Spiele werden, drei. Also ich habe das jetzt auch oft genug gesagt. Ich bin da völlig frei von. Ausgeglichen, gelassen, einfach nur froh, wieder im Kreis der Nationalmannschaft zu sein. So erlebt man Mario Gomez derzeit in Ascona. Ich bin da, wenn es drei Spiele ist.